auf auf geheimnis ich noch mal rein in die mine wieder gut also wir müssen eigentlich auch schon knochen hier eingegen sein ich muss hier wirklich mal aufrufen mit kaktus öl herrschte die kaffeebohnen jetzt geht der übel ab platz wundervoll meine eier sind ein neues entenküken ist die ziele los wenn die wenn es noch so süß klingen würden ich bin schon erwachsen Ui, 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 was geht mit dem Schwein? Ui, 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 was geht mit dem Schwein? Zieht euch aber auch immer mehr nach drinnen. Angst. Warte mal. Darf ich denn wirklich glücklich ausgehen? Nee, warte das. Huch, ist vorbei. Jetzt... Es ist ja schön, wenn alles klappt. Ja, der Senfkohl müsste ja unten... Oh, mein Traum. Wie die Vogelgeschäfte hab ich hier hingestellt. Was hab ich denn bitte noch vor? Nein. Nervt. Die Teiche halt irgendwo anders hinstellen. Ich kann nur verarbeiten. Auch. Wenn das so weitergeht, brauche ich bei ne Kaviar-Truhe. Ja. 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 Bitte sei hier. Okay, da nicht. Da, 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 Stein um Stein. Oh, mir, bleib liegen. Ich habe doch gleich wieder einen Geist angeschissen. Ich glaube, ich habe einen Schleifen. Da unten. Und eben nun. Schon wieder so viele Omni-Giode. Hier würde sich sogar fast meine Bombe lohnen. Sag ich doch. Als ob sie ums Eck kommt. Gemene. Schnell weiter. Die hat mir Angst gemacht. Die hat mir gute Idee, den Riesenschleim. Und alles andere gleichzeitig zu bekämpfen. Ist schon wieder so eine Ebene, dann werde ich sauer. Auf mich selber. Durch den Sand kämpfen wir uns für ein Zwergen-Artefalt. Dann kommt Fettschleimi und nervt mich. Könnt ihr mal aufhören? Ich überlege mir gleich zweimal, ob ich echt nochmal züchte. Das Leben. Warte mal. Es bringt ja mehr Energie. Käse ist das einzig wahre. In solch einer Notsituation. Mit Käse ist sowas von unterschätzt. Viele holen sich dann irgendwie die Pizzen und alles, aber... Ich meine, das ist vielleicht der schnelle Weg. Aber ein guter Weg ist auch, es ist einfach Käse zu farmen. Hallo? Haben wir schon zwei Geheimnisse wieder gefunden, ey. Die müllen jetzt mein Inventar voll. Ich weiß, dass da ein Schleim ist. Dieses rostige Zahnrad, ne? Das wird mich jetzt verfolgen. Oh nein, es kommt. Gib mir deine Schatten, Essence. Oh je, du. Das kann dauern. Mann! Hirn, Steuerung, Funktionierer. Ah! Ich glaube, ich brauche Schokolade. Meine Motorik- Funktion. Oh Gott. Da ist fast kein Platz mehr. Weg damit. Ja, sonst farm ich einfach Monster ab. Irgendwann kriegen wir die letzte Schriftrolle. Ich sag's euch. Wenn ich durch bin. Wett ich. Wenn ich mit dem Spiel durch bin, kriege ich die Schriftrolle. Ich habe keinen Kopf mehr dafür, das Buch. Keinen Kopf mehr dafür, hier alles durchzumetern. Ich habe eine bessere Hacke, dann reden wir drüber. Aber so nicht. Mann, der lebt aber lange. Oh, für Iridium ist das okay. Ach ja, ne? Tägliche Tag in der Mine. Lohnt es aber absolut nicht, eine Bomber einzusetzen, weil es so sporadisch alles ist. Da. Da. Drache. So, vorher schleimig kaputt machen. Nein, es kommt von der Seite. Kann man seinen Rücken. Der Rücken kann auch entzücken. Ich sag euch, wir bauen hier ein Drachenskelett oder ein Dino oder was auch immer das ist. Ab und an meine Möhre, ne? Für die gute Sicht. Hopi. Was ist denn für eine trockene Ebene? Wirklich? Oh. Als ob ich schon dran vorbei bin. Hallo. Normal, wenn du wirklich nach Ebene gehen willst, träffest du dir so viele Treppen, wie du kannst. Und gehst du dir einfach durch. Ich hab'n ganz schön viel Iridium zur Zeit, was geht. Könnt sich schon fast lohnen. Wenn ich mal wegkommen würde. Psss. Wieder der Block. Oh, da ist noch einer am Leben. Der hasst mich. Irgendwie immer so ne Vermutung, dass der Eingang oder der Weitergang dort am Eingang ist. Der ist dann immer gleich direkt daneben. Gib mir den Stein. Den kann man immer gebrauchen. Ich weiß, dass mein Leben am Limit immer gut ist. Ich hab mir schon oft bewiesen. Leider zu oft. In meinem Geschmack. Woher gehen die ganzen Geister eigentlich hin? Das kriegen wir fast in jeder Ebene Geist. Dann ist es irgendwie nicht mehr. Nö. Geh weg. Muss halt auch mal Glück haben, ne? Und nun mal. Schleimi. Schleimi noch? Nö. Entsterbe ich deswegen noch. Oh mein Gott, schnell weiter. Keine Lust drauf. Absolut keine Intention. Da seh ich mich. Fünf Ebenen. 23. Oh, witziger Aal. Ich dampf's also doch vom Aal ab. Oh Gott. Das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler. Käse ist der Held des Tages, sag ich euch. Geht er zurück? Ja. Hier wird er bestimmt nett sein. Ja. Wird höchstwahrscheinlich auf der anderen Seite sein. Gib mir deine Schatten-Essenz. Ganz schön. Ich bin nicht an dem Schnell-Vorbein. Oh Gott, das geht ja noch viel weiter. Trifft mich halt immer öfter, als es mir liegt ist. Es lohnt sich fast wieder eine Bombe. Oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass es Ruffit war. So nice. Ich bin zu nah rangegangen. Ich ruide aber auch. So leichtsinnig. Hat er mich doch noch gekriegt. Und dann kommen wir noch. Stimmt, wir wollten ja eigentlich mal noch ins Fundbüro. Wüsste ich ja auch mal noch hingehen. Auch am nächsten Tag. Sind eh voll. weg, 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 weg." Okay, jetzt Minute. Ich bin so voll um da was geht. onde, truhe. Ne, ne, ne. Schleimi, Kleini, Ratholz... Ne, das ist hier nicht dran. Oder Gold, Kupfer, Quarz, Rubin, Aquamarine, Atemessenz, ich hab den Leben vergessen. Ah, dis, dis... Können eigentlich mal wieder ein Baum schmelzen. Okay. Geld verdienen. Ich weiß, ich brauch das Geld. So. Irgendjemand. Oh. Puh, geschafft! Äh, krass. Wann ist das passiert? Wann ist das passiert? Wann ist das passiert? Ich kenne uns nicht.